Ach, was ein schönes Leben hier als kleine Maus! Ich bin die Katze! Meine Katze? Nein! Ich muss um mein Leben rennen hier in ReadyCat! Wir spielen nämlich heute mal, ja, ReadyCat! Und ich bin ja diese kleine Maus hier, ha! Mit den zwei kleinen Zähnen und Vitamine ist die böse Katze und will mich auffressen! Rar! Rar, machen so Katzen! Buff! Oh, warte, warte, ich würde sagen, Freunde, wir fangen sofort an und damit, hey, Freunde! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du keine weiteren, coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechst dann eben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr glücklich machen! Und, Freunde, ihr seht es, wir befinden uns heute in ReadyCat! Und ohne groß drumherum zu reden, fangen wir sofort an mit der ersten Runde! Let's go! Und moin, moin, ich bin es hier, die Ratte! Aha, was geht denn da ab? Was spielen wir heute denn, Freunde? Wir sind auf jeden Fall hier als kleine Maus oder als Ratte hier unterwegs, ihr seht es, und wir können uns sogar hier duschen oder irgendwie sowas! Das hier ist genau, oh mein Gott, haha! Hier mein kleines Mauseloch hier einfach, let's go! Und das Ziel ist es, Freunde, oh mein Gott, das sind unsere Babys hier und wir müssen sie ernähren, aber dabei steht uns einer im Weg, nämlich eine böse Katze! Wo ist diese Katze nur? Miau! Miau! Was machen Ratten eigentlich für Geräusche? Äh, Wurf? Äh, Wurf, ich weiß nicht schon... Jo, warte mal, was ist das denn hier, Freunde? Hey, aus dem Weg hier, aus dem Weg, aus dem Weg! Ich bin hier eine starke Ratte! Und warte mal, hier ist ein Auto oder irgendwie sowas bei mir und... Jo, ich kann mich hier sogar... Oh, warte mal, verstecken! Wo bist du? Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo bist du? Da ist die, Freunde! Und wir sind hier einfach versteckt, hier unter dieser Box oder so! Ich verbrache diese Küche hier! Niemand wird Käse klauen! Haha! Oh Gott, oh Gott, Freund! Und... Oh mein Gott, was geht denn da ab? Ich seh dich! Äh, äh, ich bin gut versteckt, oder? Betty! Komm her! Nein! Raus hier! Oh mein Gott! Nein, 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 oh mein Gott! Eine psychische Katze und... Hä? Nein, 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 ich hab die Lokomotive aktiviert und schnell, Freunde! Wir müssen jetzt irgendwas hier klauen! Oh Gott, oh Gott, gib mir das her! Gib mir das her! Ich versache meinen Käse! Oh Gott, oh Gott, nein! Wir haben ein Fischstäbchen geklaut! Oh, das kann nicht sein! Du wirst mir das zurückgeben! Oh mein Gott, nein, nein, nein! Meine Kinder, meine Familie! Habt mir doch ein bisschen Mitleid mit mir! Achtung! Oh mein Gott, warte mal, wo? Hä? Von wo kommst du? Ich bin von oben gekommen! Yo, Alter, was hast du für ein krasses Item? Oh mein Gott, nein, nein, nein! Ah, kommst du hier mal runter? Nee, leider nicht! Let's go! Und hier, yippie! Haha! Freunde, wir haben uns das erste Essen auf jeden Fall unserem Kind gebracht und... Oh mein Gott, wo ist diese böse Rat hier? Los, los, los! Äh, kann der Zug mal hier losfahren? Der Zug? Den will ich bewachen! Oh mein Gott, Freunde! Oh Gott, oh Gott! Ey, ich komm hier nicht raus! Was ist da los? Bleib still! Bleib still! Was geht denn da? Oh mein Gott, Freunde! Wir hüpfen jetzt auf jeden Fall rum! Ey, Kollege! Kannst du mich bitte zum Kühlschrank bringen? Haha! Das ist ja mega, mega cool! Aber wir müssen jetzt aufpassen! Oh mein Gott, vor dieser Ratte hier! Oder vor der Katze, meine ich! Wo bist du? Ey, ich hab mich ins Kinderzimmer begeben! Ich guck mir grad ins Kinderzimmer! Jo, das ist ein Papagei oben in der Luft! Hast du gesehen? Hey, ich komm hier nicht durch! Ich komm hier nicht durch! Was gesagt, okay, dann würde ich sagen! Von hier geht es auf jeden Fall zu Fuß weiter! Yo, ich bin im Kinderzimmer! Wie groß ist das denn hier? Alter, was? Echt? Ja, ja, ja! Ich bin im Kinderzimmer! Wo ist denn die kleine Ratte? Wart mal, wirklich? Ja, ich bin im Kinderzimmer! Oh nein, nein, Freunde! Weg von dieser Katze! Ey, warte mal! Oh mein Gott, da war irgendwas! Hä, was ist das denn hier? Und let's go! Oh mein Gott, wir gehen wieder sofort in den Kühlschrank! Gib mir die Banane! Gib mir die Banane! Und ich hab ne Banane! Haha! Geklaut, ey! Was geht denn da? Und die müssen mit... Alter, moin moin mit dazu! Wir müssen jetzt auf jeden Fall sofort zu unserem Kind bringen! Da bist du! Oh nein, oh nein! Da ist die Katze! Da ist die Katze! Nein! Weg hier! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Und letztes Mal, oh mein Gott! Und hier Kleider! Oh mein Gott! Yippie! Ha! Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zum Essen gegeben! Was geht denn da? Und hä, warte mal, was ist das denn hier? Ich hab Spray oder sowas! Hä? Jo, was ist das hier? Da kannst du mich bestimmt vollsprühen damit! Jo! Was ist denn hier los? Siehst du das? Nee, ich weiß gar nicht, wo du bist! Alter, guck mal hier auf dem Bildertisch! Und ich kann fliegen! Hier, das ist ein Jetpack! Tja! Wie cool ist das denn? Jo, Alter! Krieg mich doch, du kleine hässliche Maus! Ey, du kleine hässliche Katze! Oh mein Gott, Freunde! Und wir sind jetzt hier oben! Wir sind jetzt hier oben! Was geht denn da? Und, oh mein Gott, was geht denn da? Und wir können hier... Oh mein Gott, Brotklaut! Warte mal, was ist das hier? Ey! Jo! Was? Wo bist du? Alter, du hast mich so weggequietscht! Oh Gott, oh Gott! Aber ich seh dich nicht mehr! Alter, Junge, ich bin versteckt! Ich bin versteckt! Ich hab Angst! Ich hab nur ne Mausefamilie! Warte mal! Nein, zu ernähren! Ja, bist du hier? Wo bist du jetzt hin? Oh nein, 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 nein! Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg! Nein, nein, nein! Gib mir das her, gib mir das her, gib mir das her! Gib mir die Chicken Nuggets! Ich weiß gar nicht selber gerade, was ich machen kann hier! Oh nein, nein, schnell, die Rutsche nach oben! Wir müssen jetzt hier weg! Wir müssen weg, ey! Mama, meine kleinen Kinder sterben! Unter rechts seht ihr nämlich das Leben! Und, oh Gott, ich glaube, denen geht es ganz gut gar nicht so... Sie warten hier auf eine Ladung von Chicken McNuggets! Hier, bitteschön! Yippie! Ich hab einfach... Da haben wir die Chicken McNuggets! Alter, Teller kann ich mir nehmen! Oh mein Gott, ey! Wo bist du? Ich verrate das nicht! Wo bist du, besser gesagt? Oh, ich bin bei meinen Kindern, ey! Du hast ja gar kein Mitleid mit mir! Du bist so ne böse Katze! Miau! Warte mal, Alter, wir können uns hier reinsetzen! Was geht denn da? Und... Jo, was ist das denn? Alter! Ich hab dich gefunden, ich kann es werfen! Ich überfahre dich, Junge! Alter, oh Gott, oh Gott, okay, ich glaube, ich gehe nicht mehr zu Fuß! Lass mich in Ruhe! Los, komm hier! Nein, 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 aus! Ja! Nein, Freunde! Die Katze hat mich erledigt! Ach, miau, miau! Jetzt bin ich hier als Katze unterwegs! Und jetzt würde ich sagen, äh, regel ich das hier im Haus mit meinen Regeln! Wo ist diese kleine Maus? Miau? Warte, ey, wie kann ich dich... Du musst einmal in die Rolle der Maus schlüpfen und sagst miau! Ist das dein Ernst? Oh, äh, wuff! Oh mein Gott, aber meine Besitzer haben gesagt, dass hier irgendwo, oh mein Gott, eine Maus hier Unwesen treibt und da haben wir den Billiardschläger und ich werde auf jeden Fall hier diese Maus bewachen, dass sie hier kein Stück Käse hier klaut! Warum nicht? Ja, 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 nein, 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 das ist von meinen Besitzern! Yo, was, Alter, was haben die hier alles in der Küche? Junge, ich kann hier alles rumschmeißen! Hä? Ich hab dich gar nicht gesehen! Haha, let's go! Schnell abhauen! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich krieg dich, ich krieg dich noch! Ich geh einfach zu deinem Mauseloch! Wo ist dein Mauseloch? Du musst zu deinen Kindern gehen, oder? Stimmt! Was ist, wenn ich deine Kinder jetzt auffresse? Was? Oh, ich meine... Aber, ey... Kann ich hier runter? Jetzt soll ich dir was sagen? Ich bin einfach in ein anderes Loch durchgegangen! Was? Stimmt, es gibt ja noch andere Mäuselöcher, oder? Ich... Also, weiß ich nicht! Oh Gott, oh Gott, das kann ja wohl sein! Okay, dann würde ich sagen, hier weg damit! Ich hol mir jetzt hier... Oh mein Gott, den... Ey, Regenschirm, hallo! Ich will den Regenschirm! Ich hab es geschafft! Ich werde jetzt erst meine kranken Kinder heilen! Was? Oh mein Gott, das kann nicht sein! Yo, ich hab einfach einen Regenschirm unterwegs! Und was? Junge, kann man damit fliegen so ein bisschen? Was? Was? Fliegen? Ja, okay, doch nicht, doch nicht! Ich dachte, man könnte damit fliegen! Und wo ist die kleine Mauselöcher? Hä? Was ist das denn hier? Jo, das ist deine Spraydose hier! Ja, das bedeutet, du musst hier irgendwo gewesen sein! Warte mal, ich brauch meine Spraydose wieder! Wo hast du die? Ja, 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 komm zu Papa, komm zu mir! Komm in meinen Mund rein, ich werde dich jetzt auffressen! Ey, Cindy, schau mal! Hä, warte mal! Ich hab alle Schränke geöffnet! Hä, wo, wo, wo bist du? Oh Gott, oh Gott! Wo macht denn Schränken bin ich gerade drauf? Was, du bist in der Küche schon? Äh, ja... Nein, 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 das kann nicht sein, ich hab dich gar nicht vorbeirennen gesehen! Warum siehst du mich nicht? Warte mal, ich öffne hier die Tür! Nein, ich seh dich nicht und... Da bist du! Da bist du! Ich krieg dich, ich schnapp mir nicht, du Maus! Ey, du kleines Mäuslein, komm her, komm zu Papa! Oh nein, 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 nein! Ich krieg dich, oh mein Gott, oh mein Gott! Ey, ich komm dir nicht runter! Ey, kleine Maus, komm zu mir! Äh, lass mich liegen, ey! Ich bin einfach hier! Oh mein Gott! Ja, aber was machen wir jetzt? Äh, ich renne! Oh mein Gott, er hat mich abgehalten, Freunde, das kann ja nicht sein! Renn, kleine Katze, renn, renn, renn um dein Leben! Und, oh mein Gott, ich würde rennen, ich würde rennen! Oh mein Gott, oh mein Gott! Let's go, ey, was war das für eine Runde! Und da ist mir wieder ein Mäuslein unterwegs! Moi, moi, nachdem ich hier die Maus hier als Katze schon erledigt habe! Und jetzt würde ich sagen, ja, meine Kinder, wo seid ihr, meine kleinen Babys? Da seid ihr am Start, alles gut! Mama oder Papa, was bin ich überhaupt für eine Maus? Bin ich ein Junge oder ein Mädchen? Äh, ein, äh... Ich bin eine Maus! Okay, dann würde ich sagen, ich komme auf jeden Fall und ich schnappe mir hier sofort die Spray-Dos und... Yo, die Katze ist schon hinter mir her! Was geht bei dir, Alter? Ich habe einfach nur gewartet, bis du da rauskommst! Junge, du bist ja eine richtige Psyche-Katze! Oh mein Gott, oh mein Gott, krieg mich doch, krieg mich doch! Komm doch erst mal auf den Billardtisch drauf! Hast du Bock auf eine Runde Billard? Du willst echt, dass du auf den Billard kommst? Oh ja, ich warte hier auf dich! Komm, eins gegen eins! Oh, okay, ich habe es mir anders überlegt! Nein! Let's go! Häng dir weg, ihr Freunde! Oh mein Gott, was geht ab? Alter, kann ich eigentlich... Kann ich auf die Lampe springen, Junge? Wieso kommst du überall hin? Ich kann auch fliegen! Oh mein Gott, nein, nein, nein! Weg hier mit den Chicken Nuggets! Oh, gib mir die Chicken Nuggets! Oh mein Gott! Gib mir den Käse! Nein! Alter, das sind... Nein, 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 das sind Chicken Nuggets! Oh Gott, bitte Maus! Bitte Katze, lass mich in Ruhe! Okay, soll ich dich wirklich leben lassen? Ja, ich meine, wir können auch so Freunde sein, weißt du? Äh, eigentlich können wir das nicht sein! Oh Gott, oh Gott, und ich würde sagen... Let's go! Oh mein Gott! Alter, was für einen Boost wir bekommen haben! Ja, da bin ich! Oh mein Gott, oh mein Gott, okay, okay, Freunde, hier! Yippie! Oh mein Gott, oh, er hat auch Hunger! Das bedeutet, wir müssen uns jetzt auch um ihn kümmern! Ich würde sagen, los, los, los! Fahr mich jetzt hier weg! Fahr, fahr, fahr! Was geht ab? Und ich glaube, hier irgendwo war unser Spielzeug... Oh, Auto da ist, die haben hier die Katze! Ich glaube, er hat uns nicht gesehen! Wir sitzen jetzt hier in diesem Auto, und ich würde sagen... Jo, let's go, wir können jetzt... Ich bin gegen die Wand gefahren und... Hey, was? Junge, mit was wirst du? Mit Seife! Seife? Was für Seife, Junge? Ich glaube, ich muss meinen Führerschein nochmal neu lernen in der Mausschule! Du bist einfach sicher da drin! Alter, ja, aber meine Kinder sterben in der Zeit! Ja, das ist nicht so gut, muss ich sagen! Aber sowas kennst du gar nicht, ne? Sowas wie Liebe! Du kennst nur Hass als Katze! Ich bin eine Miau-Miau! Oh mein Gott! Und ich bin eine... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eine Junge! Eine fette Wassermelone! Wie klein ist die so eine kleine Maus? So eine riesen Wassermelone tragen! Wißt du? Was ist denn da los? Ey, ich würde dich... Warte mal, ich werfe dich nochmal mit Seife jetzt ab! Ne, 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 hier ist noch ein anderes Mauseloch, Freunde! Komm hervor diesem Mauseloch! Alter, irgendwie wieder zu unserem Mauseloch! Hast du das auch geschafft, so? Ich bin nirgends ein Mauseloch ins andere gekommen, ja? Ja, alles klar, okay! Jetzt sind wir auf jeden Fall hier! Oh mein Gott, was geht ab! Junge, das sieht ja... Oh, das sieht echt schön aus, muss ich sagen! Und hier ist doch ein Loch! Hier ist doch ein Mauseloch! Ihr seht es! Und zack! Jetzt gehen wir einfach mal hier hin durch! Oh Gott, oh Gott, es tut mir leid! Deine Wassermelone beschützt mich! Nein! Oh, oh, oh! Ich bin Stunt! Ich bin Stunt! Nein! Ha! Was ist denn da los? Miau, miau! Ich bin wieder hier als Katze unterwegs! Und ich werde jetzt hier dich wieder kriegen! Oh, bitte nicht! Ich muss doch meinen Kindern was zu essen bringen! Ne, ne, ne! Deine Kinder können warten! Und ich meine, weißt du, wie wir das Problem lösen können? Wir könnten noch warten! Ich kann vielleicht deine Kinder essen! Ich meine, dann ist es doch ganz gut oder so! Jo! Hä? Hier ist einfach eine Vase runtergefallen! Was ist denn da los, ey? Okay, wo bist du? Junge, hier fliegen überall Sachen! Warte mal, bist du in dem Karton hier drin? Nö, Achtung! Vollspeed! Jo! Jo, oh mein Gott! Alter, warte mal, bist du jetzt echt da sicher drin? Komm her, ich verkloppe dich! Junge, wo ist es denn bei dir los? Ich mach dich fertig! Komm hier raus! Komm mal, eins gegen eins! Komm nicht raus! Hey, hau ab da! Was ist denn da los? Hey, warte mal, ich kann irgendwas benutzen, glaube ich! Ey, ich bin eingesperrt hier! Ey, Ratte, komm doch raus, wenn du dich traust! Nee, ich komm nicht raus! Ey, was ist denn da los? Willst du jetzt den ganzen Tag da drin bleiben, oder wie? Ja, du nicht! Und? Jo, ich kann einfach hier die Ofentür öffnen! Oh, ist das schön hier im Ofen drin! Bist du hier vielleicht irgendwo drin? Ich bin im Auto! Warte mal, im Auto? Du bist da gar nicht mehr drin, ey! Du hast dich mitgekommen, ich bin in den Käse geklaut hat! Mit den Chicken Mac Nuggets! Gib die Chicken Mac Nuggets her! Das ist meine Chicken Mac Nuggets! Ich hab mich so gefreut, den ganzen Tag hier zu essen! Alter, ich hätte den übelsten Boost bekommen! Oh nein, oh nein! Was ist das hier? Nein, das ist diese Spray-Dose! Nur du kannst sie benutzen! Komm her, kleine Maus! Ich mach mir... Oh mein Gott! Nein! Let's go! Nein, Freunde! Da ist der! Nein, der Zug überfährt mich! Oh, oh, oh mein Gott! Aua! Mein Bein ist unter dem Zug! Was ist denn da los? Okay, ich würde sagen, Freunde, wir müssen jetzt irgendwas hier als Maus, als Ratte, als Katze, als Katze auf jeden Fall finden! Ja genau, wir haben hier wieder den Regenschirm am Start und damit können wir hier so nie wie so eine Hexe, können wir hier so rumfliegen und jetzt zack, 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 ein paar Schläge verteilen, aber gibt es hier... Oh, irgendwas auf der Toilette, Alter! Junge, man kann ja in die Toilette hier reinfallen, das ist ja übelst gefährlich hier drin! Ja, ja, ja! Oh, ich bin in die Toilette gefallen! Du bist nicht ernsthaft in die Toilette! Oh doch, Junge! Oh, was haben wir denn hier so schickes im Badezimmer? Hey, alter, Freunde, ey, wenn Vitamine um mich dreht, ey, hey, hast du Bock, bisschen zu spielen? Äh, was denn? Känguru und die drei Schlüppers? Ey, das Spiel kenne ich ja auch nicht, aber ja, 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 genau an das Spiel dachte ich auch. So, ich würde sagen, wir gehen zum Kühlschrank, weil wo wird diese hässliche Maus sein? Natürlich bestimmt hier irgendwo beim Kühlschrank und sich was zum Essen holen. Ich bin tatsächlich nicht beim Billardtisch. Bist du echt beim Billardtisch? Ja. Ich muss dir was zeigen, komm, wir... Oh, mein Gott, hey, das ist ein Papagei. Hey, Papagei, du hast mich erschrocken, ey, komm, helf mir mal, Papagei. Wir werden... Oh, mein Gott, und ich würde sagen, yo, er fliegt, und ich würde sagen, friss meine Wasserballons! Aua! Ich kann dich einfach mit Wasserballons abwerfen. Ey, warte mal, echt? Ja, die habe ich in deinem Badezimmer gefunden und gefrisst das. Jo, und ich sage jetzt, ciao, mit dem Brot haue ich dann mal ab. Oh, mein Gott, oh, Gott, nein, als ob ich den nicht treffe mit den Wasserballons. Guck mal, Alter, ich kann die ganze Zeit fliegen. Oh, mein Gott, oh, mein Gott, ich glaube, von der First Person ist es besser... Nein, ich habe keine Wasserballons. Hä, wie fliegst du? Äh, na, mit dem Spray. Was? Oh, mein Gott, nein, 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 das kann wohl nicht sein. Und die haben Hunger, Senti, ich muss denen... Ich muss meinen Kindern was zu essen geben. Ja, da hast du Pech, das ist nicht mein Problem. Meine Kinder sind fett und hässlich. Ja, Junge, wieso bleib ich deine Kinder? Was soll ich denn bitte sagen, ey? Warte mal, du bist unter mir. Oh, mein Gott, da bist du... Was machst du denn hier auf einmal? Dich kriege ich... Alter, wo... Ich habe mir Spray-Dose genommen. Alter, von wo kam es, Junge? Ich bin in der Küche. In der Küche? Konflex. Oh, Gott, oh, Gott, was ist denn bei dir los? Ja, 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 Vitamine. Hol dir gerne was zum Essen. Ich muss dir nach anderen Items suchen, die ich auf jeden Fall hier als Katze misstrecken kann. Guck mal, ein dickes Steak nehme ich gerade mit nach Hause. Alter, das kann ja wohl nicht sein. Wir sind ja auf dem Laptop. Hier ist so ein Jodau oder sowas hier. Alles weg hier. Oh, mein Gott, Junge, wir können den ganzen Laptop hier umkloppen oder sowas. Yo, Santi, soll ich dir mal was zeigen? Ja, zeig mal. Aber du musst mir versprechen, dass du mich nicht tötest. Ja, okay, Katzenährenwort. Ich gebe dir meine kleinen Katzenfingerschuhe. Oh, sicher? Ja, wo bist du? Komm her. Okay, pass auf, komm mal in dieses Spielezimmer. Da war doch so ein Spieleautomat. Ein Spielezimmer, ja, ja, okay. Ich komme, aber ich habe einen Orientierungssinn von einem Stück Fleischklops. So, und dann gehen wir... Moin, moin. Guck mal, geh mal oben auf den Spieleautomat drauf und dann kannst du einfach wirklich das Spiel spielen. Hä, was, das geht? Du musst E drücken. Warte mal, let's go. Redman. Du musst auch gleich E drücken, wenn dann diese... Jetzt E. Oh, ich habe verloren. Okay, nächster Versuch, nächster Versuch und Freunde, let's go. Was? Oh mein Gott, bin ich gesprungen? Nee, ich habe wieder verloren. Okay, ich muss nochmal spielen, nochmal spielen. Ich muss die ganze Zeit spielen. Jo, aber du loser, ich habe wenigstens nicht abgezogen und jetzt kann ich die ganze Zeit meine Babys füttern. Was? Nein, nein, erstmal nur Abbläckungsmanöver. Ach, noch einmal, vertraue ich dir nicht, du blöde Maus. Warte mal, hey, ich habe dir immer den guten Tipp gegeben. Junge, du hast mir gar nichts gegeben. Ich habe die ganze Zeit verloren in dem Spiel. Ich mag das Spiel nicht. Warum nicht? Das ist Chippy und Chappy. Ja, ja, das kannst du vergessen, du und Madden, Chippy und Chappy. Let's go, Freunde. Wir müssen, ich weiß auch nicht, wir sind immer noch im Spielezimmer. Wir müssen jetzt hier irgendwas finden, wo wir diese kleine Maus irgendwie ver... Oh, verkloppen können. Was ist das denn hier? Wird es gefunden? Ja, 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 ich habe hier was ganz Schönes. Ich habe auch ein Spiel, das nennt sich Fris die Maus. Alter, yo, du bist vor meinem Mauseloch. Ich sehe dich. Hallo. Ja, warte mal, wo bist du denn? Ja, ich fliege einfach mal neben von dir vorbei. Da bist du, da bist du. Was? Nein, das kann ja wohl sein. Okay, dann würde ich sagen, Freunde. Nein, okay, wir gehen jetzt zum Kühlschrank und warten jetzt auf dem Kühlschrank auf dich. Warte mal, echt jetzt? Nein, bitte nicht. Oh, ja, oh, ja, und komm her, Vitamine, wenn ich mich dich schnappe. Alter, du bist immer schwer, yo. Oh, ja, ich bin doch eine flinke Katze. Was ist das? Okay, warte mal, was soll ich mal rausnehmen aus dem Kühlschrank? Ja, 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 hol dir vielleicht das letzte Essen raus, auf was du musst hast. Jo, das checken. Alter, Junge, lange wirst du nicht mehr leben, du blöde Maus. Warte mal, wollen wir einfach nicht Frieden machen? Ach, nee, du, lass mal sein. Da habe ich dir jetzt... Junge, wie viel hast du denn in der Spraydose drin? Sag ich dir nicht, ciao. Ich bin jetzt erst mal unten im Kühlschrank drin. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Was? Du sprichst einfach über mich. Das ist ja übelst unfair. Warte mal, hey, Miau, Miau. Miau, Junge, ein regendes Chicken ist da. Moin, moin und komm her. Oh, mein Gott, du Freunde, jetzt muss ich dich schon mal hier kriegen. Und komm schon. Let's go, hab ich dich getroffen? Ja, aber aua. Oh, nein, nein, komm, komm, komm. Jawohl, let's go. Oh, mein Gott, das war's mit dir. Das war's mit deinem Mausenleben. Verabschiede dich, verabschiede dich. Nein. Let's go, einfach durchgekommen. Ey, das kann nicht sein, das kann nicht sein, ey. Oh, warte mal, hä, warte mal, hä? Alter. Warte mal, ey, haust du mal ab vor meinem Haus? Äh, moin, moin. Wie bin ich denn hier hingekommen? Na, kleine Maus, siehst du mich? Wie unfair bist du denn? Du stehst einfach vor meinem Haus. Alter, ich wusste nicht, was man hier hin kann. Ich bin einfach jeden Tag gesprungen. Was geht denn da? Ey, komm doch, kleine Maus. Egal, ich hab einfach einen anderen Ausweg genommen. Was geht denn da, Freunde? Wir gehen einfach hier campen vor Vitamines Mausen noch, ey. Das ist wirklich zu lustig. Hast du mir darauf zugehört? Äh, ja, 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 ich seh dich schon, ich seh dich schon. Und ich verfolge dich. Verfolgungsjahrt wurde aufgenommen. Ey, was, weißt du, dass du eigentlich auch fliegen kannst? Weil ich kann fliegen? Hä? Bin ich, ich bin doch die Runde auch vorher geflogen. Jo, warte mal, was ist das denn hier? Ein Feuerlöchert. Oh mein Gott, jetzt bist du dran, Kollege. Jetzt, oh Gott, oh Gott, jetzt bist du dran. Jetzt können wir beide fliegen. Bist du bereit für das Fliegenduell? Oh, ja, obwohl. Jo. Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Wo, wo, wo bist du? Äh, ich renne gerade Richtung Küche wieder. Richtig, du Küche. Ich renne an dir vorbei. Moin. Jo, Alter. Da bin ich, Alter, jetzt werde ich dich kriegen. Du kleine Maus. Let's go, ich kann hier einfach... Oh nein, ich hab mein Jetpack weggeworfen. Oh ja, ich seh dein Jetpack. Komm doch her, komm doch her, kleine Maus. Oh, ne. Was, Alter, du hast mir voll die Schublad ins Gesicht gerannt. Hä, ich bin... Hä, du bist da drin. Äh, hallo? Kannst du mal die Tür aufmachen? Komm da raus. Äh, warte mal, kannst du nicht die Tür aufmachen? Nein. Bist du jetzt eingesperrt? Ja. Ich bleib, lass dich jetzt da drin verhungern. Haha. Was ist denn da los? Und komm her, du kleine Maus. Jo, Alter, Sinti, ich bin... Hallo, hallo, Maus, Maus, Maus. Ich komm nicht mehr raus. Ja, warte mal, bist du eingesperrt? Soll ich dir helfen? Ja, natürlich sollst du mir helfen, Mann. Ja, ich hab die Tür doch aufgemacht. Ja, mach nochmal auf. Yes. Wow. Let's go. Was? Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Komm schon, komm schon. Let's go. Alter, wie viel Leben hast du? Alter, Sinti, ich bleib jetzt oben auf dem Kühlschrank drauf. Komm nicht mehr runter, vergiss es. Warte mal, auf den Kühlschrank und... Komm her, ich schnapp mir nicht. Ich brauch doch einfach nur eine Melone oder einen Apfel. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Alter, da ist der, da ist der, da ist der. Dich krieg ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Im Flug, im Flug. Guck mal, ich flieg über dir. Let's go. Oh mein Gott, ey, Junge, du hast fast die Runde gewonnen sogar als Katz, äh, als Maus. Alles klar, Freunde. Da ist mir jetzt in der letzten Finalrunde angekommen. Alles kleines Mäuslein. Und diesmal, oh mein Gott, hey, wer hupt denn so laut? Hupen. Hey, ruhe da draußen. Und diesmal werde ich auf jeden Fall probieren, die Runde hier zu gewinnen. Hey, ruhe da. Junge, die ganze Zeit hupt da. Hä, hörst du es auch? Ja, natürlich, ich hab das Auto geschlagen. Warte mal, hey, wie das Auto geschlagen? Warte mal, hast du mein Auto kaputt gemacht? Ja, na klar. Das kann ja wohl nicht sein. Oh mein Gott, Freunde, wir schleifen uns jetzt hier. Vorsichtig entlang, vorsichtig entlang und let's go. Oh mein Gott, okay, auf was haben meine Kinder heute Bock? Ich würde sagen, oh, wie wär's mit so einem kleinen Äpfel? Ein Apfel? Oh, ja, ein Apfel. Ich komm hier nicht mehr raus. Okay, und jo, ey, Kollege, kannst du mich zu meinen Kindern fahren? Ab geht die Post. Okay, der hat keinen Bock, dann geh ich halt zu Fuß. Was ist denn da los? Okay, jetzt ganz, ganz, ich hab dich doch gar nicht gesehen. Ja, ich hab mir auch nur eine Eisenstange besorgt. Oh, oh, äh, moin. Nein! Komm her! Was ist das denn für ein cooles Item? Ich bin einfach Harry Potter! Wo bist du? Oh, aha, Alter! Alter, siehst du mich? Ja, guck mal, was ich habe hinter mir. Ganz, ganz oben hier, let's go! Und jetzt gib mir hier meine... Guck mal, was ich habe, ich habe einen Wink... Oh mein Gott, was ist das? Vettilator! Nein, nein, bitte, bitte, bitte! Gib mir die Potatoes! Gib mir die Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln! Oh mein Gott, und wir fliegen jetzt hier schnell wieder! Let's go! Nein, ab geht es zum Mauseloch! Oh mein Gott, Alter, ich will hier runter, ich will runter, ich will runter! Ich will runter und... Ich fliege wieder hoch! Oh mein Gott, ich bin auf dem Bild gelandet! Ab geht die Post und schnell zu meinen Kindern ab nach unten! Und hier, yippie! Habt ihr auf jeden Fall was zum Essen? Das ist übel schwer einfach! Die haben so viel Hunger! Okay, dann würde ich sagen, Freunde, komm schon, komm schon, komm schon! Ich bin auf jeden Fall hier, ja, der Papa oder keine Ahnung, was auch immer ich bin! Und ich muss mich hier um meine Kinder kümmern! Und auch so eine blöde Katze wie dich würde mich nicht aufhalten! Na, das werden wir ja noch sehen, Tinti! Oh ja, das werden wir auch sehen! Was gibt es hier eigentlich noch einmal alles im Kühlschrank? Ich habe immer so die gleiche Sachen gemacht! Yo! Fleisch, Alter! Ich glaube, das wird die richtig settingen, oder? Oh Gott, oh Gott! Nein! Weg hier! Oh mein Gott, wo ist die Katze? Da ist sie, Freunde! Nein, 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 nein! Wir rennen uns an dem! Oh mein Gott, wo ist sie? Wo ist sie? Nein! Freunde, wir fliegen! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Junge, der Ventilator macht die ganze Zeit so Geräusche! Oh Gott, oh Gott, wir fliegen! Wir fliegen! Lass mich in Ruhe! Lass mich, du Psycho-Katze! Ich will dich fressen! Oh, oh, oh! Oh mein Gott, let's go! Hier, oh Gott, oh Gott, hier hast du auf jeden Fall hier was zum Essen! Gönn dir, gönn dir, gönn dir! Yippie! Nein! Nur noch ein bisschen Balken! Oh Gott, oh Gott, mein anderes Kind ist gleich! Oh oh! Das wäre hungert gleich! Ja, ich denke mal, beide werden verhungern, weil ihr nichts zu essen kriegt! Oh nein, oh nein, auf gar keinen Fall, Freunde! Ich wollte dem anderen das Essen geben eigentlich, aber miss, miss, miss! Jetzt müssen wir auf jeden Fall jetzt hier ganz, ganz schnell... Oh, hier, die Nuggets, die liegen schon draußen! Let's go! Achtung, haltet durch, Jeffrey und Eduard! Ja, ja, so heißen die beiden Mäuse! Ich werde euch was erst zum Essen geben! Oho, Jeffrey und Eduard, ihr werdet niemals was kriegen! Haha! Ja, ja, er hört dich auf die Katze und... Oh, oh mein Gott! Alter, was machst du da oben? Alles zerstören, jo! Haha! Du zerstörst alles und... Oh mein Gott, Freunde! Yippie! Oh mein Gott, let's go, let's go! Es läuft wie am Schnürchen, was geht ab? Oh, jo! Oh mein Gott, nein, 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 Freunde! Da ist die Katze! Wie, wie ich bin dein Kissen! Ich verstecke mich als Kissen! Wo bist du denn? Komm doch, komm doch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Spray ist leer! Ich nehme alles zurück! Oh mein Gott, vielleicht überfährt der Zug dich! Haha! Der Zug überfährt mich nicht! Oh mein Gott! Oh nein! Weg hier, weg hier, weg hier! Oh mein Gott, nein, nein, nein! Wo bist du? Hä? Hast du mich echt nicht gesehen? Na klar hab ich nicht gesehen! Warte mal! Oh nein! Sei geblieben! Nein, 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 nein! Gib mir irgendwas zu essen! Oh mein Gott, die Checkmate klang jetzt! Ich komme! Wow! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Komm schon! Wir rennen hier unter dem Tisch vorbei! Hier kommst du nicht durch! Hier kommst du! Wow! Oh mein Gott, nicht durch, nicht durch! Let's go, let's go! Hey! Du warst du best! Let's go! Er ist ready, Freund! Er ist gesättigt und jo! Er bewegt sich! Guckt euch das ganz mal! Wie niedlich sieht der denn aus! Meine erste Maus ist auf jeden Fall gestillt! Und die zweite Maus, um die werde ich mich jetzt auch kümmern! Ich würde sagen, warte mal, komm mal hin, das Auto! Und hä? Warte mal, und ab geht es! Ich rolle in meinen fetten Benz! Oh mein Gott! Alter, wie schlecht bin ich denn? Junge, hätte ich das mal vorher gewusst! Was geht denn ab? Oh mein Gott, siehst du mich? Nö! Ich hab hier gerade alles zerstört! Alter Spiele! Wie heftig war das denn? Oh mein Gott, wir nehmen eine Kokosnuss! Gib mir die Kokosnuss! Gib mir die Kokosnuss! Gib mir die Kokosnuss! Oh, das ist doch eine Mango! Ab geht es! Nein, lass mich in mein Auto! Lass mich in mein Auto rein! Nein! Nein, nein, nein! Alter! Oh mein Gott, nein, nein, nein! Freude, weg hier, weg hier, weg hier! Wir springen hier weg! Nein, lass mich bitte in Ruhe! Über die Kiste springen! Über die Kiste! Oh ja! Okay, wir haben es gerade so geschafft! Hier, Kollege, halt durch! Oh, warte, wieso jetzt? Ey, ey, Junge, ich werfe den mit der Mango die ganze Zeit ab! Hier, frisst doch die Mango jetzt! Jetzt sei mal zufrieden! Oh ja, er hat die Mango auf jeden Fall gesnackt, als gäbe es kein Morgen mehr! Jetzt ganz, ganz vorsichtig! Oh mein Gott! Schleichen wir uns jetzt hier raus und... Mann, dieses Auto, ey! Wie... Wieso hast du... Wo bist du denn? Oh mein Gott, nein, 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 nein! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh, ich glaube, ich habe das Auto gemacht! Du bist ein Auto! Äh, ich glaube... Nein, ich bin nicht im Auto. Zeit! Oh mein Gott, ey, was geht denn da? Wir sind jetzt einfach hier irgendwo in der Garage! Oh mein Gott, gelandet er oben! Ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch, ich muss hoch, Freunde! Komm schon, komm schon! Let's go! Oh mein Gott, ich habe ein Spray! Wir müssen jetzt aber auch mal ganz, ganz schnell hier in meine Mäusehülle gehen! Warte mal, es gibt hier einen Aufzug sogar hier drin! Junge, ich kenne das hier noch alles gar nicht, ey! Jo, ich dachte, du wohnst da! Ja, warte mal, was ist das hier? Hier ist auch noch irgendwas? Junge, ja, ich dachte, ich wohne auch hier! Aber ich wohne hier neu! Ich bin hier neu eingezogen, weißt du? Ah, cool! Und ich wusste nicht, dass ich so blöde Nachbarn wie dich bekomme! Hey! Jo! Wow! Ich kann hier einfach mein Leben aufladen! Warte mal, was? Hä? Das Hörer hat sich aufgehangen! Was ist jetzt los? Nein! Okay, neue Runde, neues Glück! Wir dürfen nicht aufgeben! Als Maus sind wir immer noch unterwegs, Freunde! Und ihr seht es! Komm, iss, iss, Kollege! Is, iss, iss! Hallo? Kannst du essen, bitte? Und... Yippie! Und Freunde, damit haben wir das erste Baby! Was? Nein! Wir haben es noch nicht gestellt! Ey, okay! Ihr fehlt noch ganz, ganz bisschen! Und wo ist hier diese Maus wieder? Wo ist diese Katze, meine ich? Gib mir auf jeden Fall das Spray! Und diese Runde... Was? Junge, werden wir... Aha! Ausgewichen! Schön geblieben! Oh mein Gott! Unsere Mäuse zum Stillen bringen! Auf jeden Fall! Lass mich hier in Ruhe, du Katze! Diesmal kriegst du mich nicht mehr! Ich werde beide... Oh mein Gott! Meine Mäusebabys füttern! Oh mein Gott! Junge, fliegst du dir die ganze Zeit rum, oder was? Ja, aber klar! Ich muss ja... Junge, was ist das für ein Riesenstab? Oh mein Gott! Nein! Okay, okay! Wir sind hier versteckt! Okay, hier kommt er nicht rein! Hier sind wir sicher! Au! Ich würde sagen, weg hier! Oh mein Gott! Mit den Cornflakes hauen wir jetzt auf jeden Fall ab, ey! Was geht denn da ab? Oh mein Gott, Freunde! Wir stecken uns hier unter dem Billardtich! Wir rennen unter dem Billardtich vorbei! Lass mich in Ruhe! Bleib stehen! Oh Gott, oh Gott! Nein, 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 nein! Alter! Junge, du erst so nah hinter mir her, diese Katze! Oh mein Gott! Krieg mich doch! Und... Let's go, Freunde! Und... Oh Gott, oh Gott! Hä? Wo sind die Cornflakes hin? Hä? Die sind auf die andere Seite einfach! Geflogen! Hier! Und komm schon und... Jawoll! Oh mein Gott, unser erstes Baby ist am Start! Ja, jetzt kann uns nichts mehr aufhalten, du Katze! Ah! Das musst du schon noch sehen! Ja, 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 Vitamine! Ich werde jetzt zum Kühlschrank kommen und du wirst mich gar nicht dran hindern können! Ich seh dich! Haha! Ja, ich seh dich auch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich würde sagen... Papa, können wir uns hier drinnen verstecken? Komm mal, wir können einfach hier reingehen und uns verstecken! Komm doch zum Kühlschrank! Ich hab dich aber vorher schon gesehen! Oh, okay! Dann haben wir ein kleines Problemchen! Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Gib mir die Cornflakes! Gib mir die Cornflakes! Gib mir die Cornflakes! Du, wir warten... Au! Zeitel! Nein, nein, nein! Mit was wirst du nicht ab? Oh, was haben wir denn hier? Leckere Würstchen! Ich seh die Katze! Was ist denn die Katze? Ey, oh Gott, oh Gott! Nein, 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 nein! Nur doch das Würstchen! Nur doch das Würstchen! Ich will nur ein Würstchen holen! Bitte! Das sind doch ganz viele andere Würstchen! Let's go, Alter! Oh Gott! Oh nein, oh nein! Alter, du hast mir voll auf Po geschlagen! Pass mal besser auf, ey! Mein Schweins tut weh! Ich würde dir deine Hasenohren abschneiden! Ich bin aber kein Hase! Ich bin eine Maus! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, okay! Let's go, Freunde! Gönn, 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 gönn! Hier! Nimm das Würstchen, Alter! Ich werfe das Würstchen hier weg! So, komm her, komm her, komm her! Komm her, kleiner Mann! Und hier! Ich fütter dich! Yippie! Oh mein Gott, mit dem Würstchen! Vielleicht noch ein... Oh mein Gott, was macht der da? Oh mein Gott, ich würde sagen... Oh, gib mir den Besen! Gib mir den Besen! Gib mir den Besen! Du bist einfach abgehauen! Oh mein Gott, ich fliege weg! Ich bin Harry Potter! Ich bin Harry Mouse! Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr! Oh mein Gott, wir fliegen hier weg! Wir fliegen hier weg! Vielleicht noch ein Essen! Oder noch zwei Essen! Und dann haben wir es auf jeden Fall geschafft! Und dann haben wir die Runde als Boss gewonnen! Aber diese Katze darf uns... Oh! Auf jeden Fall! Ich krieg da ist sie! Oh mein Gott, siehst du meinen Feenstau? Ja, Alter! Übel krass! Und ich bin die ganze Zeit hinter dir! Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott! Was haben wir hier noch nicht gegeben? Nein, nein, nein! Wir müssen da ganz oben fliegen! Komm schon! Gib Gummibesen! Gib Gummibesen! Nein! Okay, okay! Wir holen uns jetzt hier! Wo bist du? Ich bin versteckt! Ich bin schon am wegrennen! Ich seh dich nicht mehr! Oh mein Gott! Let's go! Wir müssen hier weg, 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 weg! Hey! Yo, Alter! Oh mein Gott, da ist er mit der Crober! Gib mir die Nuggets! Nein, nein, nein! Bitte! Da ist noch genug Chicken Nuggets für dich! Komm her! Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh nein, nein, nein! Freund, wie soll er mit uns im Loch? Nein, nein, nein! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Okay, okay, Freund! Wo ist sie? Da ist die Katze! Ey! Kannst du weg von meinem Mausloch gehen? Komm her! Wir können einen Deal machen! Ich geb dir die Chicken Nuggets und du lässt mich durch, okay? Äh, ja, gerne! Oh, tschüss, du Loser! Ich spring über dich! Oh mein Gott, wir springen jetzt einfach von hier durchs Mausloch! Boah! Okay, okay, let's go! Yo, Alter! Let's go, let's go! Hier, 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 hier! Zack, zack, zack! Ich geb dir das Ganze auf jeden Fall! Oh mein Gott, noch ein bisschen, noch ein bisschen! Das allerletzte Essen! Diesmal wirst du mich nicht kriegen, du Katze! Hey! Was machst du hinter mir? Ich bin hinter dir und werde dir jetzt den letzten Schlag verpassen! Oh mein Gott, nein, 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 Freunde! Gib mir irgendwas, gib mir irgendwas! Ich brauche irgendwas, irgendwas, was ich haben kann! Nein, 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 Freunde! Hier, ich, ich bin nicht! Oh nein, Alter! Ich hab den Topf umgeworfen! Du hast den Topf geworfen! Oh Gott, oh Gott, gib mir! Hier, ne Dose oder eigentlich sowas! Komm raus! Oh Gott, oh Gott! Hier, ne Melone! Hab ich, äh, ich bin hier versteckt! Komm raus, ich warte auf dich! Nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, Freunde! Ja, nein, komm rein! Oh mein Gott, du alter Späte! Und ich würde sagen, wir springen auf den Zug! Wir springen auf den Zug! Wir springen auf den Zug drauf! Komm, komm, komm! Nein, 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 Freund! Wir müssen weg, wir müssen hier weg! Oh mein Gott, wir stoßen alle Stühle hinter uns um! Oh nein, nein, nein! Was geht denn da ab? Oh nein, nein, nein! Da hinten bist du, ich seh dich! Oh ja, was geht denn da ab? Wir müssen jetzt noch ein letztes Mal rein! Ein letztes Mal! Das letzte Stück Käse! Oder das letzte Stück Banane! Banane? Wow, Alter! Der Kopf ist auf mich gefallen! Nein, 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 Freunde! Nein, 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 nein! Habe ich dich getroffen? Äh, nö! Und ich würde sagen, ich glaube, damals habe die Mäuse gewonnen! Was war das bitte für eine krasse Runde? Let's go! Da haben wir gewonnen! Aber ich denke mal, das soll es gewesen sein! Heute mit Ratty Catty! Wo wir auf jeden Fall als Maus geflohen sind! Und sogar die letzte Runde gewonnen haben! Und auch als Katze haben wir dich fertig gemacht! Ey, Vitamine! Oh nein! Oh, jetzt hat aber trotzdem mega viel Spaß gemacht! Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das ist ein heutiges Video! Ich hoffe, dir hat das Video gefallen! Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren! Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr! Und dann bist du auch ein Teil der Santex-Army! Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video! Bis dahin! Tschüss! Tschüss! Tschüss!